So, und dann sind wir wieder. Ich hab mich dann doch noch entschieden, noch einen Part zu machen. Aus irgendeinem Grund haben unsere Leute Hunger, wo ich oft Pause hatte, aber naja. Jetzt müssen sie erstmal klarkommen. Ich bin ja jetzt hier gerade noch in der Vorproduktion für die Feiertage, damit ich in aller Ruhe mit meinem Freund Weihnachten feiern kann. Ein bisschen froh bin ich ja schon, dass wir dieses Jahr nicht mit der Familie feiern. Weil wir halt dadurch deutlich weniger Stress haben. Da wir nun nicht gerade um die Ecke wohnen. Dass mein Freund so ständig ne Fahrerei hat, denn ich hab noch keine. Ja, ja. Ich glaube, ich habe ihn wieder geholfen. Nein. Danke. 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 Wäre schön, wenn wir den treffen würden. Irgendwo ist dann hier aber immer noch Frost. Ich habe eine Stowaway auf meinem Sleeve. A bug? Better. A Seed. Es muss sich auf die Worte verabschieden. Und es ist so passiert, dass es die Worte mit dem Green Thumb ist. Klever Seed. Naturale Selection macht es seine Arbeit. Du denkst du es wird es? Was du denkst? Ja, ich weiß gar nicht warum ich gefragt habe. Wenn wir genug finden können, wir können ein bisschen Vegetable Patchen starten. Ich vote ja. Motion approved, Unanimoussi. Wir müssen noch mehr Seeds finden. Easy genug, denkst du? Ich bin nicht so sicher. Wenn diese Pläne sind ein paar Naturale Predatoren, dann könnte man ein bisschen langer Reproduktivität haben. Wir müssen einfach nur ein Augenblick auf. Du kannst auf mich. Hm. Was? Ich glaub das hat nur sowas vor. Das hat sich beim letzten Mal mal nichts herausgefunden. Als ich hierhin zurück gespielt habe. Und von oben sieht es frei aus. Hierkunden noch. bye. hierkunden noch. geben Es hat keine Klauze, der Typ. Gib ihm ein Minute. Oh. Hm? All right, genug. Ich helfe. Nein, warte. Great. Now it's noticed you. Oh? Um. Okay. 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 Party time is over. I'm okay with that. But look at his face. For real. Oh, yeah. Dodge this one. Ouch. Okay. I get it. Joke time is over. Bam. Are you okay? Whatever. She's on the ground. Oh,imeine. I got this. Oh. He's getting worn out. Stay clever! There you go. In your mark. Now! 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 Ich weiß nicht, wie er sieht. Okay. Oh, mein Mann. Ja, was er rüber. Was ist das? ob es Brücken gibt, die nicht rauskippen. Irgendwo muss ich hier noch was sein. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Das ist immer so ein bisschen nervig, wenn man die letzten Dinger sucht. Auf jeden Fall ist noch ein Vieh. Ja, Schatz, dann wird es das Vieh da unten sein. Ja, Schatz, dann wird es gut. Ja. Oh, Blut! Now, Sue! One, careful! Three, two, one! Now! This one's ready. I'm on it. Cool. Ja, ich weiß, das Ding ist bereit. Ja, und die Insel ist jetzt gesaubert. Ja, ich weiß, das Ding ist drin. Na hier durch. Ich will erstmal nur wissen, was uns auf der anderen Seite erwartet. Ich will nur auf der anderen Seite. Ich will nur auf der anderen Seite. Aber was anders. Ja, die nächste Insel... dann auf jeden Fall die Insel sein, wo wir hingehen. Ich werde jetzt allerdings noch mal zu. Ich werde aber auch nicht so viel respektieren. Boah, wir stehen mir zum Glück nicht richtig her. Sehr gut. Sehr sehr. Irgendwie würde ich die gar nicht grauen, aber okay. Der verdient seine Schmuseeinheiten. Okay, you know how you said you can suck on seeds to satiate hunger? Yes. Well, it doesn't work. Da oben. Ja. Wann ist noch? Okay. Wir haben aber bisher noch nichts weiter für unser Nest gefunden, oder? Hast du was? Jetzt können wir das. Ich darf jetzt nicht mehr nehmen. Wir haben einen, den Boden komme. Wir sehen uns wie dieses Ding noch steht. At least one thing is clear. We're not gonna find anything good in here. Is that so? Then what do you call this? A bunch of crappy old wires? A bunch of admittedly well-loved wires, yes. But they could be functional. Even if they were, what would you use it for? Who knows? Could come in handy. Handy for what? Okay, think about it. You need to plug a thing into another thing. You'll need a wire for that, won't you? Don't we have enough wires laying around the nest? Enough wires. You are so funny, Kay. Where do you come up with this stuff? Come on, Bündel. Do you want to go up with this stuff? Wow, five. That's not so much like a VM-Ladung. There up. Hey. In die Richtung geht's. Vorne müssen wir dann... Hier ist eine. Die Fetschrechnung. In der Insel waren wir schon. Ja. Sauber. Ja. Cool. Da sind glaube ich neue Teile drin. Eigentlich ist das jetzt der perfekte... Da wieder hin zurückzukehren. Pause. Ja. 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 So, und das nächste Hotel. Meine Nase kribbelt schon die ganze Zeit. Die Nase kribbelt schon die Zeit. Die Nase kribbelt schon die Zeit. Die Nase kribbelt schon die Nase kribbelt. Die Nase kribbelt schon die Nase kribbelt. So... Brot? I'm pretty sure I came of my own volition. Uh... What? Nothing. No, you were making a funny face. What funny face? Hold on. You were talking about the Nest, weren't you? Yes. But you're the most important person to me, for sure. I just don't count you as one of my... things. That is... unless you'd like that. No, no. Ja, I know. We have to drink. Well, after we have a repair, we will be still. What's happening? Why are you scratching like that? Did you swallow some rust again? I can't see any on him. Oh! He's peeling off whole strips of skin! Stop it, Oink! You're gonna hurt yourself! Oh! I get it! He's starting to molt! Do Oinks molt? Seems like it. Oh! Poor guy! No, this is natural. I don't think it hurts. Maybe, but it looks tedious. Look at him! Hmm. You're right. Let's help him. I'm gonna get my exfoliant. I'm gonna get my exfoliant. There you go! That's the last big chunk. I bet you feel lighter. Don't you? What are you picking up? Hygrocybes. Some fell off while we were scrubbing. What are you gonna do with them? I thought they were bad for your kidneys. Not just for kidneys. But just a tiny quantity could trigger some interesting effects. What kind of effects? You know what they take on charm for the matchmaking ceremonies? Is that it? I have been wanting to try that. Well, let's try these out. Should the occasion arise. Thanks, Oink. Okay. Gut. So, dann betreten wir unser schickes Heim jetzt. Während wir einmal... Correct me if I'm wrong, but I think it's time for an apple brew. Yeah, wird es. Wollen wir jetzt noch direkt? What are you thinking about? Hm? Why'd you ask? Don't know. You seem sullen. Was it not good? Yeah. Yeah, of course it was good. You were in the front row. You should know. So? What's up? You seem lost in your thoughts. I'm sorry, I was thinking about the apiary. Uh... Of course. No. No, that's not what I meant. I was just thinking... There has to be others, right? Others like us? Who love one another? Trying to escape the matchmaker? Um, sure. So? Well, I was wondering, shouldn't we like... Help them? Send them a message? Tell them about Source? And how would we do that? I don't know. I'm hypothesizing. I'm just saying, that would be the quickest way to attract more attention from the apiary. Being a fugitive is one thing, but blut stirring is another. I agree, but if there were more of us, we could be better organized. Resist better. Are you okay with just me? Yeah. Of course. But why should I, we, have this kind of luck? Just because you had the nest? Just because I had the coordinates to Source? Of course. Whilst others in the apiary are forcibly matched with people they hate. I know the feeling. But, there comes a time when you have to think about number one. I'd love for the world to be rid of the matchmaker too. For everyone in the apiary to be free to live with or love whoever they want. But, if I could press a button that would solve all of the apiary's problems in one go, and pressing it would even run the risk of losing what you and I have together, I can guarantee you that not only would I not press it, but I would rip out the wiring. It just doesn't seem fair. You think it's unfair that we got lucky and others haven't? Then enjoy your luck. Don't squander it. It's the least we can do for them. They would do the same if they were you. And they would certainly not press that blutin' button. You made me right. I hope I'm right. Because if I'm not, that makes me a blutin' monster. The cutest of monsters though. Mhm. Ready to go again? Only one way to find out. Only one? You must think I am unimaginative. Okay, verbessert das Schild. Das Schild bietet dir bessere Verteidigung. Das ist schon mal gut. Maximale Gesundheit hat sich wieder erhöht. Das ist gut. 260 sind wir jetzt. Ähm. Ich kann einmal was kochen. Ich kann einmal was kochen. Da müssten wir neue Heilungskirchen herstellen. Unbedingt. Das ist sehr billig. Wie ist es? Ich habe gedacht, es wäre ziemlich obvious. Es ist ein present. Great, ich bin das. Aber was ist es? going zu tun? Das ist nur die Schild... Was hast du gemacht? I thought it had a nice soundboard, so I added a bridge, some strings. You said you were missing your guitar. This is so cool. I was afraid you wouldn't like it. Are you joking? It's bluting amazing. I can't believe you managed to do all this right under my nose. Is it in tune? I did my best. Ooh. How did you come up with this thing? I was tired of seeing this shell as a reminder of my mishap in the cave. What mishap? I have no idea what you're talking about. This is just the shell you turned into a guitar because you're the best lover ever, isn't it? Are you going to play a song? No way. I haven't played a guitar in years, let alone a shell guitar. I'll need to dust off my skills first, but soon. I promise. Oh. It's late. Can't we do this tomorrow instead? Müsst ihr euch immer an Uhrzeiten halten? Ihr geht halt schlafen. Ich wollte doch nur noch Heil-Utensilien herstellen und zurückkommen. Lights off? Yeah. Maybe the Hornets will have a harder time finding us in the dark. That's not funny. I wasn't trying to be funny. I'm sorry to be a downer, but I can't stop thinking about what they would do if they caught us. The Hornets? No. The Hornets will just neutralize us. I meant the apiary. They'll split us apart. Match us with our respective mates. And how will they achieve that? By force? Have you ever seen anyone fight back during their matching ceremony? We can't be the only ones who've refused our mates, can we? What do you mean? Have you ever heard about recalibrating? Oh no, not this old wives' tale about brainwashing. I never said it was brainwashing. Just erasing selected bits of memory. Do you really believe in that stuff? Why not? It's technically possible. I mean, it is conceivable, isn't it? Don't they erase some memories in trauma therapy? Why wouldn't the council apply that to other uses? Such as? Well, for instance, they could erase the memories we have of each other. That way, we'd be a lot more amenable to the matchmaking process. In trauma therapy, they erase very specific, very short memories of events. I don't think you could erase all of the memories of one person that way. That would erase entire years in a person's life. And do you think we're technically unable to, or morally unwilling to? Uh, I was trying to get some sleep, you. Well, too bad. There's no reason I should be the only sleepless one. That's 80 seconds. That's not just a lot. But... Can I just make it a little bit more? Let me just make it a little bit more. Let me just make it a little bit more. Let me just make it a little bit more. Was ist das komische Balsamzeug da? Hä? Heilen. Große Wehwehchen. Ich bin wieder bei 60. Vergessen haben wir. Dann gehen wir jetzt nämlich wieder raus und und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Weißt du nicht? Okay, was auch immer das da hinten ist. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt direkt im Anschluss den nächsten Part noch für morgen aufhöre. Mal gucken. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall hier. Wir gucken dann, was es mit den Koordinaten da auf sich hat. Mit dem komischen Video, was wir da hin aber gerne gerade erblickt haben. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.